Nein, also ich denke, Sie haben es vorhin gesagt, es gibt keine Gleichberechtigung heute. Es gibt ganz klare Unterschiede. Eine eingeträgte Partnerschaft ist nur einen halben Weg. Ich bin so liberal, zu sagen, eine eingeträgte Partnerschaft soll auch für heterosexuelle Paare gelten können, aber diese genauso für homosexuelle Paare. Das ist ja ein liberaler Ansatz. Jeder soll das als Instrument wählen, das ihm erscheint, und dann die gleichen Rechte und Pflichten haben. Und das ist heute nicht möglich und das ist nicht korrekt und nicht fair in unserer modernen Gesellschaft. Und mich würde stören, wenn wirklich in der Schweiz hier wieder eines der letzten Länder wäre, das diesen Schritt machen würde. ...